Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr seid Zwifties. Wenn nicht, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Lasst ein Abo da, weil 70% schaut immer noch ohne Abo meine Videos hier an. Das ist so schade. Aber ist ja voll cool. Wäre richtig geil. Und wir, und vor allem, wenn ihr weiblich seid, 54% weiblich bei mir. Das ist der Wahnsinn. Und wir gehen jetzt rein in den zweiten Part von Rezo, Rezos Antwort an Torik. Wir haben jetzt schon größtmögliche Schmerzen und falls ihr den ersten Partner nicht gesehen habt, könnt ihr euch sehen, der kam heute um 13 Uhr online. Ich will hier jetzt auch gar nicht weiter reden hören. Ich höre mal den nächsten Clip an. Da habe ich schon gesagt, ihr könnt, ihr habt einen freien Willen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich werde nie sagen, dass es normal ist. Fertig. Weil du leider in deiner kognitiven Wahrnehmung oder in deinem kognitiven Geiste eingeschränkt bist, und das ist ein bisschen schade. Dann will ich, dass ihr meine Meinung respektiert. Naja, nee, das ist so ein Toleranz, das ist dieses Toleranz- Paradoxon, nennt man es so? Schon, oder? Das Toleranzprinzip. Wir haben doch Meinungsfreiheit. Wir haben doch religiöse Freiheit. Das ist keine Meinung, das ist Intoleranz. Oh mein Gott, Digga. Wieder diese Snowflakes. Leute, die intolerant sind, kriegen Gegenwind und sagen dann, akzeptiert doch, dass ich intolerant bin. Akzeptiert das doch. Wir haben doch die Freiheit, dass ich intolerant sein kann. F***-Klassiker. Egal was, ne? Also, egal, ob du mit jemandem sprichst, der racist ist, egal, ob du mit jemandem sprichst, der queerfeindlich ist, egal was, wenn jemand so in der Öffentlichkeit spricht, dann Gegenwind bekommt, dann kommt so häufig dieser Take von, Entschuldigung, aber ich dachte, man muss alles akzeptieren, was ich sage. Nein, nein. Nein, nein. Ey, er klang grad, Rildalk, er klang grad so, wie Sid von Ice Age. Ich werd schon immer verglichen, mir wird oft geschrieben, Junge, du siehst aus wie Sid von Ice Age. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber er sieht hier ganz klar aus wie Sid von Ice Age. Aber ich dachte, man muss alles akzeptieren, was ich sage. 100 Prozent, das ist Sid von Ice Age. Nein, nein. Nein, nein. Torek, das ist nicht so. Es gehört nicht zu deiner Religionsfreiheit, dass du einfach gegen Leute shooten kannst, menschenverachte Sachen gegen Leute sagen kannst und dann einfach nichts passiert. Und jeder sagt, ach Mensch, wenn das so eine Religion ist, dann ist es doch gut. Solange du in deinen vier Wänden deine Religion ausübst, da darf dir niemand auf den Sack gehen. Darf dir niemand auf den Sack gehen. Aber an dem Punkt, Naja, außer, da sind auch Unschuldige mit dabei, die damit auch nichts zu tun haben wollen und auch sollen. Wo du dich auf den Marktplatz stellst und rufst, diese Gruppe, die sind nicht normal, die können nicht richtig lieben, ich glaube, die können das gar nicht. Dann ruf ein paar zurück, halt dein Maul. Natürlich. Das hat nichts mit religiöser Freiheit zu tun. Ja, okay, ihr seht jetzt auch gerade Sid von Ice Age in Resolve. Yes! Live! Guck mal das weiter, dann lach ich wieder. Wirklich, das nervt mich so hardcore. Mir ist es so egal, wie Leute ihre Religion, ihre Spiritualität oder eben all das nicht ausleben. Das ist liberalen Menschen doch völlig, völlig egal. Nein, in dir? Ach toll. An dem Punkt, wo es halt Leute nachvollziehbar betrifft in einem negativen Sinne, wo wir uns als Gesellschaft darauf einigen können, das ist nicht so geil, dass es Leute gerade so betrifft, kriegst du vielleicht diesen Gegenwind. Team Eigenklorik. Du kannst zu Hause machen, was du willst. Du kannst zu Hause dir, weiß ich nicht, einen Haufen auf... Ach, ihr meintet beide mich mit Sid von Ice Age. Toll, was ist denn das für eine undankbare Kacke? Ich dachte, ihr meint Reso. Ach Mann, ist doch schade. Und ich dachte, ich konnte euch überzeugen, dass er aussieht wie Sid von Ice Age. Na toll. Auf den Teppich machen, wenn du möchtest. Aber wenn es im Hausflur stinkt, dann ist die Grenze. Wenn es mich betrifft, dann ist die Grenze. So, wenn es deine Nachbarn betrifft, wenn es deine Mitmenschen betrifft, dann ist die Grenze. Hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. That's a hard pass. Okay. Wir gehen wieder rein. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Real-Talk-Video wird hier. Ich bin am Anfang mit so einer funny, normalen Reaction-Vibe hier reingekommen. Bisschen Ironie, dies, das, bla, bla. Sorry, dass ich manchmal hier so ein bisschen am Ranten bin. Aber ich kann das nicht an mir vorbeiziehen lassen und nur zwei ironische Sprüche machen. Jetzt geht es wieder um einen Clip aus meinem Video. Es geht um Sachen, die dämonisch sind. Ja. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe. Klassiker. Aber auch Horoskope und Sternzeichen. Auch eine Manifestation von deinem höheren Ich. Keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Ich dachte, es wäre auch noch gut, ganz kurz hier drauf einzugehen, dass ja, du kannst... Ey, aber wirklich, kann ich nochmal kurz ein Zwischenresümee zielen? Himmel, danke dir. Ich muss mich entschuldigen bei Torik. Ich muss mich entschuldigen bei Torik, glaube ich, weil ich habe ihn völlig, wie ihr merkt, aus dem Kontext gerissen. In meinem Video, in den Clips, die ich in meinem Video gezeigt habe, hätte man den Eindruck bekommen können, dass Torik latent queerfeindlich ist. Und Torik hat völlig recht. Der Konnex hat gefehlt. Torik ist hardcore queerfeindlich und noch viel mehr. Einfach das und noch schlimmer. Er hat ein Video gemacht, um zu belegen, dass er gar nicht so ist, wie in meinem Video, sondern noch viel schlimmer. Das ist sein Video. Dass er sagt, ey Leute, ganz kurz, hallo, hallo, das stimmt gar nicht. So bin ich eigentlich gar nicht. Ich komme da falsch rüber. Ich bin eigentlich... Ich frage mich aber auch, was die Leute beruflich machen. Was macht ein Torik beruflich? Er wird doch nach so einem Ding, vor allem, was da denn auch so öffentlich ausgetragen wird, das ist doch mit der Jobsuche schwierig, oder? Er macht Yoga. Er bietet Yoga-Kurs an. Oh, ich hoffe. Ey, das ist ja übel wild. Hoffentlich. Torik, kannst du da bitte... Ja, vielleicht ist er Exorzist vom Beruf. Kann auch sein. Ne, BWLer schätze ich nicht. Ne, ne, ne. Das ist kein BWLer. ...viel schlimmer. Wow, Torik, wow. Klap. Torik. Und durch Horoskope und sogar durch... Before Merit. Torik. Warum ganz simpel. Hey, weird, dass er mich da so nochmal reingeklippt hat. Yoga bedeutet verbinden. Du verbindest dich durch diese Posen, welche an Gottheiten gerichtet sind, aus dieser speziellen religiösen Richtung, genau, über die geistliche Welt, wodurch du auch unreine Geister bekommen kannst. Es gibt sogar etwas, es nennt sich Kundalini Awakening, was in Verbindung mit Yoga gebracht wird. Ey, ohne Sch***, das ist so unangenehm. Imagine, jemand kommt an und sagt, ey, ich hab ne neue... ... Religion, da hat... ... ein Wesen zu mir gesprochen, das ist eigentlich die Wahrheit. Und das Wesen hat zu mir gesagt, alles, was der Torik macht, ist nicht okay. Alles, was alle anderen Welt... Weltreligionen machen, ist nicht okay. Das ist alles sündhaft, das ist alles unnormal, das steht hier alles in nem Buch, das hab ich gestern gefunden. Dann wäre das genauso gut begründet, wie das, was der Torik sagt. Das wäre in dieser Realität genauso gut begründet. Ich komm halt an und behaupte das. Natürlich würde ich da mit Leuten auf den Sack gehen, wenn ich sowas behaupten würde. Natürlich würde ich da mit Leuten auf den Sack gehen, wenn ich einfach so in die Welt reinkomm und sag, ey, Leute, übrigens, alles, was ihr macht da, das ist so kacke, ihr checkt's nur nicht. Ihr müsst mal das machen, was ich mache. Sonst werdet ihr so hartkommen bestraft. Ich wünschte, Rezo würde endlich mal ohne Fakten und Belegen arbeiten. Also, ich wünschte, er würde einfach mal ein Video machen, wo er nur irgendwelche Behauptungen in den Raum stellt und damit Leute frontet. Oder damit sagt, was so in die Wahrheit ist. Würde ich fühlen, weil dann wäre Rezo noch erfolgreicher einfach. Auch einfach mal ohne Fakten, einfach mal auf die Wissenschaft scheißen. Einfach mal auch das aus der biblischen Sicht begründen. Das ist cool. Und viel logischer auch. Ich kann kurz einblenden, wie das aussieht. Guck, guck, die können auch so Trance-Sachen machen. Ganz ohne Gott. Das funktioniert halt mit Gott und ohne Gott. Das funktioniert. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Ah, ja, okay, dann ist, ja, okay. Wenn das passiert bei einem Exorzismus oder so, dann ist es gut. Dann ist der unreine Geist weggegangen. Aber wenn du das machst, ohne irgendwie Exorzismus-Background, dann ist es, ähm, ist es leider illegal. Ist leider nicht okay. Chat schreibt, es ist illegal. Ey, warte, ich gehe nochmal 10 Sekunden nach hinten, um nochmal hier ins Thema reinzukommen. Etwas, das nennt sich Kundalini Awakening, was in Verbindung mit Yoga gemacht wird. Ich kann kurz einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das Gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Ey, dieses Video überrascht mich alle zwei Minuten. Ich verstehe nicht mal, in welche geistliche Welt kommt man denn durch Horoskope? Ey, ich bin ein bisschen verwirrt, aber vielleicht gibt's da irgendwas. Es gibt immer wieder nen Plottwist. Jetzt sagt er, Horoskope sind ein Weg in die geist... in die... Warte. In die geistliche Welt, aber ein illegaler Welt. Ein illegaler Weg. So. Das hat er doch gesagt. Einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das Gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Aber das bedeutet ja, das ist... Also, das bedeutet ja, dass er an Arten wie Hexerei, wie andere Wege, die alternativen Wege, um so Sachen zu machen, glauben muss. Hä? Ist das Part vom Christentum? Ist das im... Ich hab keine Ahnung von... Im Universe von Christentum drin, dass du sagst, ja, Harry Potter ist eigentlich vereinbar mit Christentum? Ist nur halt illegal, was der macht? Aber klar, geht, safe. Ist das so? Ist das so? Digga, ich hab das von meinen Eltern... Beide meine Eltern mein Pfarrer, ne? Weder meine Mutter noch mein Vater hat mir jemals... Hat mir jemals das gebraked, dass das, ähm, Canon ist. Das ist ja dann... Heißt doch so, ne? Wenn das sozusagen von einem Franchise, jetzt in dem Fall Christentum, sozusagen in dem... In Canon ist, dass es in dem Universum nach den Regeln des Universums sozusagen okay ist. Sagt man doch, oder? Und das wusste ich nicht, dass das laut... Es ist illegal, den Gegenwart von Muggeln zu zaubern, das ist richtig. Ja, es ist... Tatsächlich ist ja einiges Wahres dran, ja. Also in seinem Ding ist das Canon, cool. Warum ist der illegal? Ganz simpel. Es gibt zwei Wege, wie du in die geistliche Welt kommen kannst. Einen legalen Weg, einen illegalen Weg. Und da ist Kaiser zum Beispiel Astral-Ebene. Der macht es über den Schlaf beispielsweise. Ähm, da ist Kaiser schon mal... Der, der hat direkt den Weg zur Hölle genommen. Der illegale Weg ist durch Zauberei, durch das Okkult, etc. Der legal... Hä? Mein Vater hat mir nie gesagt, dass das Teil von Christentum ist. Dass man zaubern kann. Das war dann nicht dabei. Ohne... Ohne... Ich glaub, hätt ich das gewusst, wär ich länger, ähm, dabei geblieben. Das... Das macht doch alles spannender. Also das... Die ganze... Das ganze Welt... Also das wird doch viel, viel schichtiger dadurch. In meinem Konfi-Unterricht kam keine Hexerei vor. Kam keine... Auch keine Warnung vor Hexerei vor, ne? Das war einfach nicht ein Ding. Der Weg ist durch den Heiligen Geist. Ist das eigentlich... Und so Zaubertränke. Also ist das dämonisch. Also Asterix und Obelix. Weil Obelix ist ja an diesen Zaubertrank gefallen. Wäre das ein dämonischer Film? Wenn man das Kindern zeigt. Weil Kinder dann denken können, okay, es gibt Zauberei und dann hat man Superkräfte. Ich glaube, der arme Kerl hat... Also das... Der darf auch gar nichts weiter anschauen, weil alles ist irgendwie dämonisch, ne? Der darf einfach auch gefühlt keine Lieder anhören. Das ist natürlich bitter, ja? Das ist echt sehr bitter. Eieiei. Den Geist Gottes, den du bekommst, wenn du umkehrst voneinander schuld und auf Jesus vertraust, ist dein Herrn Retter. Also alle letztesten einfach noch kurz Sex bevor... Dein Vater ist ja auch ein Muggel. Ey, das kann gut sein. Gut! Alter, bei Reese wurde es auch geschrieben, dass der Vater ein Muggel ist. Mir wird das ja auch reingeschrieben. Finde ich stark. Ja, war nice. Wir haben eine gute Community, ja? Ich finde generell, die Communities überschneiden sich so heftig. Weil wenn man hier drauf guckt, steht hier, was sich deine Zielgruppe ansieht. Schlumpf. Einfach Schlumpf. Das ist die Nummer 1. Danach Just Nero, dann TomatoLix, KuchenTV, Schlumpf. Und hier Kanäle, die sich deine Zielgruppe ansieht. Schlumpf, Kaiser, Alpha Kevin, Just Nero, Stay. Ja, das ist... Das nenne ich Zauberei, Leute. Ja, meine Eltern wussten das einfach nicht. Die haben einfach... Vielleicht haben die Bibel nicht gut genug gelesen. Den Part mit den Zauberern haben die einfach übersprungen oder so. Ja, die sind einfach noch nicht in der Awakening Church. Ja, wird mal Zeit. Ich finde, es wird Zeit für so ein Upgrade von normaler evangelischer, christlicher Church zu Awakening Church. Aber da musst du halt... Da musst du komplett 100% dabei sein. Wenn du da eine Sekunde nicht dabei bist, dann... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wirst du schnell mal ausgegrenzt oder so. Weih, ey, keine Ahnung. Weiß ja nicht, was da so abgeht. Aha. Verstehe ich. Die haben einfach... Die haben einfach... Der hört wahrscheinlich die ganze Zeit... Der hört die ganze Zeit das Lied Jesus. Da, 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 Jesus. Also, ich will das... Ah ja, komm, wir können es kurz anhören. Warte. Jesus. Oh, oh, eh, oh. Genau. Torek hört safe den ganzen Tag dieses Lied. Ja. Und, äh, und das ist da praktisch alles, was davon, ähm, was davon abweicht, ist halt schon gottlos. Einfach geskippt im Theologiestudium. Mein Vater hat eigentlich... Also, mein Vater hat auch, ähm, promoviert in Theologie halt, aber ich glaub, der hat auch da geskippt. Die kennen sich eigentlich nicht aus, ne? Ja, die kennen sich nicht aus. Gehabt hier. Schade. Wenn du Sex bevor... Ich soll die mal zu Torek schicken. Der kennt sich besser. ...for marriage hast, also Sex bevor der Ehe hast, dann ist es so, dass du eins wirst mit dieser Person. Das ist auch, was die Bibel sagt. Das ist nicht nur ein physischer Akt, sondern du wirst tatsächlich eins mit der Person. Auch seelisch, auch geistlich. Deswegen tut es auch immer so ultra weh, dass du immer mit jemandem geschlafen hast und dann auseinander geht. Hey, Rizzo, du alter Zerstörer. Ich gette ja den Point, dass mit jemandem zu schlafen nicht nur ein physischer Akt ist. Natürlich ist das mehr als ein rein physischer Akt. Da ist ein Mensch, du hast einen Vibe mit dem Menschen, man spricht miteinander, man kommuniziert, man lässt sich aufeinander ein. Da ist viel mehr Ebenen als rein was, was ein etwas Mechanisches. Das ist völlig klar, wird niemand widersprechen. Aber zu sagen, da wird man eins und deswegen tut es weh, wenn man mit jemandem geschlafen hat, mit dem man nicht verheiratet war oder so. Ah, Mann, warum macht das immer so wack? Jesus hat gerade gespendet. Jesus hat gespendet und geschrieben, ich distanziere mich von Torik und lese noch eine Runde Harry Potter. Ey! Einfach Jesus. Und es kann ja wirklich sein, das kann ja sein, dass Jesus hier gerade wirklich gespendet hat. Wir wissen ja nicht, ob da jemand dahinter saß und das einfach in Jesus Namen geschrieben hat. Kann ja wirklich sein, dass, äh, dass Jesus auch den, äh, Stream von, von Rezo begleitet und hier auch spendet und seine Meinung zusagt. Jesus, solltest du hier am Start sein, bitte erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ich kann das nicht, ich kann nicht überprüfen, ob das wirklich Jesus war, der das geschrieben hat. Kann sein Ja, kann sein Nein. Aber genauso wenig kann ich alles überprüfen, was Torik. Aber bei mir hat tatsächlich auch schon mal Ronaldinho gespendet. Und Angela Merkel und Barack Obama, die haben ja auch schon mal gespendet. Also, hier waren schon viele prominente Leute am Start. Ne? Und Jesus, falls du da bist, ja, erfülle diesen Stream mit deiner Erscheinung. Also einfach, sei einfach da. Das ist ja mir eine große Freude, weil dann können wir hier zusammen einfach genießen und uns fragen, ob Torik richtig liegt. Ich sage, insofern ist es gleich viel wert. international, weil dort mehr passiert als nur ein physikalischer Akt und Dämonen befinden sich in der Seele. Das heißt, wenn deine Seelen eins werden, dann kannst du ja selbst denken, was passiert. Obwohl, die Mentoren sind doch auch eine Form von Dämonen, aber die sind doch nicht in der Seele, sondern sind so außerhalb, oder nicht? Ich muss da mal, ich würde gern mal so ein, so ein, dass ich einmal checke, was ist jetzt alles in Canon und was nicht. Dämonen von der einen Person können in die andere Person reinkommen. Was? Warte mal. Beim Geschlechtsverkehr? Auch schon beim Küssen? In der Seele. Das heißt, wenn deine Seelen eins werden, dann kannst du ja selbst denken, was passiert. Aber Küssen geht. Aber... Wo ist die Grenze? Also wenn ich jetzt, also er hat gesagt, sehr stark geschmärzt. Danke. Anonymer Chiro für den Sub an Jesus. Jesus ist ab sofort hier. Vielen lieben Dank. Ich sag, das war der heilige Geist, der Jesus gerade einen Sub geschenkt hat. Ich wusste gar nicht, dass Jesus einen Twitch-Kanal hat, aber Jesus hat offenbar sogar einen Twitch-Kanal. Wenn ich mit jemandem schlafe, also wirklich Geschlechtsverkehr habe, dann, und da ist ein schlechter Geist in der Person drin. Leute, mal bitte einen Armen in den Chat. Einen Armen in den Chat, weil offensichtlich wurden wir erhört. Der Geist vielleicht in mich auch über. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Kondom jetzt irgendwie verhindern kann oder so, aber sagen wir mal, man kann es mit dem Kondom nicht verhindern, geht der Geist in mich über. Aber wenn das so ist, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das, also wie weit kann man denn gehen, damit noch kein Geist übergeht? Also kann man, also küssen ist ja, also auf die Wange küssen geht doch safe noch. Mund küssen denke ich jetzt auch. Bei Zunge würde ich halt jetzt mal um Rat fragen. So, wie ist es mit, wenn man mit Zunge küsst? Keine Ahnung. Und ich meine, es gibt ja auch andere Arten, sich gegenseitig, ich sag mal, zu befriedigen, außer reinen, den reinen Akt. So, das kann man ja auch mit anderen Teilen des Körpers sozusagen zum Ziel bringen. Ihr versteht, was ich meine. Sind die erlaubt? Das würde mich interessieren. Einfach das Regelwerk. Ich glaube, das Regelwerk würde mich am meisten interessieren bei Torik. Dämonen von der einen Person können in die andere Person reinkommen. So ist es bei... Das ist so, das würde ich mir auch wünschen. Ich habe das letztens bei Kronk gesehen. Da muss ich auch mal Props raushauen an Kronk. Der hat zum Beispiel, das möchte ich euch kurz zeigen, oh schade, der ist gerade nicht online, deswegen kann ich das jetzt hier so nicht zeigen. Einen Moment. Kronk. Wenn ihr zu Kronk geht auf den Kanal, dann geht ihr hier drauf auf Info, dann hat er hier zum Beispiel, wait, dann hat er hier zum Beispiel das Pen & Paper Regelwerk. Dann könnt ihr hier drauf gehen und dann seid ihr am Regelwerk. Und vielleicht würde ich, kann das ja auch, ähm, kann das ja auch Torik mal einrichten und ein Regelwerk über seine ganzen Erzählungen hier machen und über die Bibel, was jetzt wirklich die Regeln da drin sind. Ich glaube, viele Menschen würden das feiern. Beispielsweise so, dass... Inklusive mir, ja, ich würde mir das definitiv durchlesen und ich würde hier niemals lügen. Oft finden sich Mädchen immer wieder in toxischen Beziehungen wieder. Sie denken sich eher, warum... Ich betone nochmal, das habe ich... Hier kommt die ganze Zeit Donations mit 6,66 Euro, ja. Junge. Ach, ach. Torik, da wird sich richtig gefreut haben darüber. Schon zweimal betont in dieser Reaction, ich betone es nochmal für die Leute, die vielleicht in der Zwischenzeit reingekommen sind. Niemand hier auf den christlichen Gott, niemand hier auf das Christentum. Zum Glück ist das Christentum nicht so wie Torik. Zum Glück. Und zum Glück ist der christliche Gott nicht so, wie Torik ihn beschreibt. Zum Glück. Christliche Gott ist aus meiner Sicht viel cooler. Und deswegen, ganz kurz, Hot Take, ich respektiere den christlichen Gott, die um tausendfach mehr als Torik es tut. Denn Torik beschreibt den christlichen Gott als verachtenswerten Du, der super cool ist. Und ich beschreibe den christlichen Gott als viel cooler. Jetzt sagt er, ja, Leute, Frauen, die immer wieder an toxischen Freund geraten, die tun das halt, weil unreine Geister. Das ist generell, das zieht sich so ein bisschen durch, dass man halt merkt, Torik hat nicht die Fähigkeit Punkt. Rizzo, danach brauchst du jetzt nichts mehr sagen. Das war eigentlich ein sehr ausführlicher Satz zu Torik. Wieso? Die Fähigkeit Fertig. Vortrag beendet. Eigentlich hätte Rizzo das Ganze abschließend, oder das Ganze zusammenfassen können mit diesem Satz. Dafür nicht weiterreden. Wie soll ich es ausdrücken? Es ist kognitiv anstrengend, wenn die Welt komplex ist. Es ist kognitiv anstrengend, wenn die Welt Graustufen hat. Wenn es manchmal nicht ein klares Ja, ein klares Nein, ein klares Richtig, ein klares Falsch gibt. Die Welt ist anstrengend, wenn es eine Ambiguitätstoleranz, äh, nee, wenn es eine Ambiguität gibt und deswegen braucht man eine Ambiguitätstoleranz. Ich liebe es, dass ihr das Wort schon geschrieben habt, bevor ich es gesagt habe. Ich liebe euch so sehr, Chad. Und das hat er nicht. Das ist, es ist eine Anstrengung, das auszuhalten. Und du musst das nicht aushalten, wenn du auf alles eine Antwort hast. Wenn du einfach sagst, alles im Leben, da ist die Antwort genau hier und nur so und es gibt nichts anderes. Fertig. Du musst dich kognitiv nicht mehr anstrengen, irgendwas abzuwägen, irgendwie Perspektiven dir anzuhören, irgendwie eine Mitte zu finden. Nein, du bist fertig. Für immer. Wie schön. Das ist doch klasse. Und ich glaube, ganz, ganz viel, ich glaube nicht, dass Torik dumm ist, ich glaube, dass es einfach nur nie gelernt hat. Wenn du aufwächst in einem Ja, ja, also ich denke, er wurde von klein auf gebrainwashed. Ja, und dadurch weiß er es nicht besser. Und jetzt kommt er mit der Öffentlichkeit mal in Kontakt und jetzt stößt er mal auf Gegenwind und keine Ahnung, vielleicht lässt er sich da endlich mal auf logische Argumente ein, aber wenn man alles immer nur mit Gott und seinem Glauben rechtfertigt und das dann schön redet, dann ist halt der Drops leider gelutscht bei ihm. Im Kontext, das ist jetzt meine Unterstellung, mein Guess, das ist mein Guess, dass er aufgewachsen ist in einem Kontext, wo er eben das auszuhalten, dieses Spannungsfeld auszuhalten von die Welt ist komplex, Leute haben unterschiedliche Weltbilder, man weiß nicht, welches richtig ist manchmal, man muss es rausfinden, das ist anstrengend, etc. Das auszuhalten, hat er halt nicht geübt. Und wenn du das nicht übst und du hast diese eine Lösung, die dir einfach ein gutes Gefühl gibt und du bist sogar einer von den Guten, wie geil ist das denn? Ja, dann gehst du diesen Weg, dann ist es so. Und du hast einen Geist der Lust oder du hast einen unreinen Geist in dir, der sich dazu angezogen führt, zu genau diesem Geist. Deswegen ist es von einer Beziehung in die nächste immer eigentlich der gleiche Tö- Bernhard unterstrich KL spendet 6,66 Euro für die Sammlung. Exorzisten für Torik. Danke für die 6,66 Euro. Ich weiß nicht, woher jetzt diese unchristliche Zahl kommt, weil ich bin ein ganz starker Befürworter von Hardcore-Christentum Awakening Church. Nee, danke für die 6,66 Euro und ich lasse den Kommentar jetzt nochmal so stehen. Typ, obwohl es nicht der gleiche Typ ist, weil es der Geist in der Person ist. So habe ich herausgefunden, seitdem ich viel Befreiungsdienst mache an Menschen. Nenn es Befreiungsdienst, nenn es doch einfach, nenn doch das Kind beim Namen. Exorzismus. Sag einfach Exorzismus, weil das ist es halt einfach. Befreiungsdienst. Junge, wer hat dich verarscht? Das Dienst ist Exorzismus, ne? Also nur um das nochmal klar zu benennen, ich glaube, das, was er als Befreiungsdienst bezeichnet, ist Exorzismus. Dass viele Sachen, die wir als Charaktereigenschaften beschreiben, keine Charaktereigenschaften sind, sondern unreine Geister. Und du kannst davon frei werden, in Jesus' Namen. Rezo, das hier geht an dich. Wäre dann mal interessant, ob er auf OF trotzdem Accounts lurkt. Es gibt, ich unterstelle jetzt niemandem irgendwas, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es eine Korrelation gibt zwischen Männern, die schwulenfeindlich sind und Männern, die schwul sind. Also, es gibt eine Korrelation zwischen diesen beiden Gruppen. Du hast ja gesagt, dass dein Ich find's schön, dass Torik auch Teil der LGBTQ-Community ist. Wir kommen schon wieder 6,66 Euro gespendet. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Also, bei Torik-Videos ist das scheinbar so ein Gang und Gebe bei Rezo zumindest. Ja, ich hab gesagt, dass meine Eltern Pfarrer waren. Ich hab gesagt, dass deine Eltern Pfarrer waren, richtig? Ihr wisst so, meine Eltern Pfarrer, Opa-Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel-Pfarrer. Ja, absolute Pfarrersippe in meinem Leben. Ich komm aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ja, oh, wie... Amen. Ja, good guess. Wie hat der das? Wie hat der das? wie ist das? Das hat er durch den Heiligen Geist, das hat er gespürt einfach. Guck mal, das zeigt doch, das beweist es, dass Torik den Heiligen Geist in sich trägt, weil er wusste, dass Rezo gläubig aufgewachsen ist. Das beweist es. Ich glaube, das ist das nächste Mal, wenn er auch wieder sagt, der hier guckt, guck, was ich alles bewirken kann oder was ich alles vorhersagen kann, würde er diesen Clip einblenden. Wie ist der da drauf gekommen? Wie ist der da drauf gekommen? Ich hab das nicht gesagt. Wie ist der da drauf gekommen? Nee, nee, ist gut, nee. Krass. Nee, ich find's super cool. Ich weiß nicht, wer ihm da geholfen hat, aber es ist krass, dass er... der Kiska... Kiska unterstrich 84 spendet 6 Euro und 66 Cent. Füll uns. Kiska, vielen Dank für die 6,66 Euro. Ich versuche... Nee, Torik versucht uns grad zu füllen. Ja, ob das gut ist, weiß ich immer noch nicht. Aber Rezo versucht auch, dagegen zu füllen. Das ist... Ich lass mich lieber von Rezo füllen. Muss ja an der Stelle auf Full-Homo-Basis ich lass mich lieber von Rezo füllen als von Torik. Ja. Weil er kann nicht mit dem... Ja, nee, ich weiß jetzt gar nicht so weiter... Nee, keine Ahnung. Doch, aber schon lieber Rezo. Ich bin Team Rezo. Dass er das irgendwie so gemerkt hat. Eltern, Pfarrer, Opa-Pfarrer, mehrere Tannen- und Onkel-Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ich glaube, du hast nie eine Erfahrung gehabt mit der Kraft des Heiligen Geistes, welche auch dich liebt. Oh doch, Digger Torik. Oh doch. Rezo Jesus liebt... Aber halt nicht mit deinem Gott, ne? Sondern mit dem coolen Gott, ne? Das ist ein großer Unterschied. Ich will dir sagen, dass Gott liebt sich. Er will Beziehung mit dir, aber du musst dafür von deinen Sünden... Das ist halt der Riesenunterschied. Das ist der Riesenunterschied. Ich habe durch meinen Kontext, durch meinen familiären Kontext so, 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 so viele positive Seiten vom christlichen Glauben kennengelernt. So viele positive Seiten davon. So viele. Und die haben alle nichts zu tun mit so einem wacken Gott. den er erzählt. Nix. ...umkehren und auf Jesus vertrauen. Ja, wie gesagt, der ist abgetrifftet. Also das ist auch kein richtiger... Ich persönlich habe auch, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in der Kirche war, sieben Jahre oder so, und dann halt jede Woche, also jeden Sonntag halt Kirche und dann alle vier Wochen. Es gab immer einmal im Monat auch so einen Gottesdienst mit Gitarre und mit Gesang und alles mögliche. Also das war so ein bisschen so ein Familiengottesdienst ist das, glaube ich. Und dann gab es noch Kindergottesdienste und sowas. Das habe ich alles mitgemacht und auch hier Christenlehre. Damals gab es noch sowas wie Kinderkreis, also sowas. Also keine Ahnung, will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, was alles ist. Dann Konfirmation, dann gab es junge Gemeinde, alles mitgemacht. Ich kenne niemanden, der so abgetrifftet ist. Also natürlich, es gab Leute, die schon ein bisschen härter drauf waren, aber die mir nicht eine Frikadelle ans Knie gequasselt haben, wie das Torik die ganze Zeit macht und die nicht auf dieser Schiene sind. Alter, das ist Hardcore, also das wirkt mir mega Sektenartig. Dein Herrn und Retter. Und genau, weil du auch in Religion groß geworden bist, hast du zum Teil den Christen falsch dargestellt. Nee. Nee, Torik. Und das ist jetzt, das ist jetzt das, was man kognitiv aushalten muss, dass es nicht das eine, die eine Version vom Christentum gibt, sondern ganz, ganz viele und alle beanspruchen für sich die Wahrheit zu sein. Und wie du das auflöst, das ist halt schwierig, ne? Es ist eine Liebesbeziehung, wie ich bereits gesagt habe, mit Jesus. Wie ich das auflöse, ist, dass ich sage, ey, letztlich weiß niemand, welche Version von welcher Religion oder auch nicht richtig ist. Weiß niemand, weiß auch kein Torik. Torik sagt, er weiß es, aber er weiß es nicht. Und ich löse es so auf, indem ich sage, ey, deswegen ist es doch fein, dass ganz viele Leute völlig unterschiedliche Sachen glauben, verschiedene spirituelle oder religiöse oder eben nicht Weltbilder haben. Und das ist so fein, solange sie das für sich auf sich beziehen und nicht gegen Leute agieren. Solange ist alles fein. Jesus Christus, der dir ein neues Herz mit einem neuen angeben wird, einen besseren Weg, weil unser Weg funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way, it's Yahweh. Wir können, wir können aufhören, Wortwitze zu machen. Wir können aufhören, 2024 brauchen wir. Niemand, niemand von uns muss jemals mehr einen Wortwitz machen in diesem Jahr. Bitte. Ich mag Moneten. keine Ahnung, wer Hannah Arendt ist, aber ja, liebe Grüße gehen raus oder auch nicht. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht recherchieren. Ich danke dir, JC Eigentorik. Ich finde, Eigentorik hat den geil, also ich finde, wer auch immer den Namen vorhin genannt hat, das ist ein sehr geiler Name. Ja, Eigentorik ist stabil, weil es beschreibt halt so vieles. Also es beschreibt perfekt die Eigentorik. Ich danke dir vielmals und nein, ich habe keine Ahnung, wer Anna, was, Hannah Arendt ist. Keine Ahnung, vielleicht kennt irgendjemand von, ich schreibe mal rein, ob ihr die kennt, aber ich sage mir nichts, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben Anfang des Jahres jetzt schon den besten Wortwitz des Jahres geschafft. It's not my way, it's Yahweh. Es ist fertig, es ist done, es ist einfach, es ist abgeschlossen. Die Challenge, Wortwitze zu machen, ist abgeschlossen. Deutschrap braucht nichts mehr rausbringen, bis 2025. Fertig. Das hat Thorik gemacht. Ein Weg. Aber das zeigt ja auch seine Wurzgewandtheit und auch seine Rhetorik. Und das muss ich sagen, da bin ich stolz auf ihn, weil er ständig irgendwas macht, wo Thorik drin vorkommt. Der, der ein neues Herz mit neun... Also Thorik ist auch drin in jedem Thema. In jedem Menschen, in jedem Thema, weil er dich liebt, weil er die Themen auch liebt. Und da bin ich dankbar. Das hat Thorik gemacht. Ein Weg. Jesus Christus, der, der ein neues Herz mit neun Verlangen geben wird, einen besseren Weg, weil unser... Ach, Hannah Arendt hat sich mit Sophie Scholl verglichen. Ach, Leute. Ach, okay. Ja, ich weiß, wen ihr meint. Ich weiß, wen ihr meint. Das war doch in... Wo war denn das? In Essen? Oder auf irgendeiner Demo oder so. Und da hat die sich dahingestellt und sich mit Sophie Scholl verglichen. Ja, ich erinnere mich. Ich wusste aber nicht, dass die so heißt. Ah, nee, Kassel. Ah, nee, das war Kassel. Also die aus Kassel. Okay, okay, okay. Corona-Nehmer. Ja, ja, also, okay. Aus Kassel war es, nicht aus Essen. Das funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way. It's Yahweh. Ach, das war Jana aus Kassel. Nee, ganz falsch. Okay, okay. Ich nehme es wieder zurück. Hannah Arendt ist jüdische Autorin. Oh, Leute, nee. Also da habe ich keine Ahnung. Leute, da lassen wir es lieber. Ja. Liebe Grüße an Jana aus Kassel. Ich hoffe, dir geht es auch besser. Und ich hoffe auch, dass Hannah Arendt den Way findet. Den Way to go, der ein bisschen besser ist und nicht so, was sie scheinbar gemacht haben soll. Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, finde ich super. Nee, finde ich super. Hey. Kurz. Wir haben noch, wir haben vier Clips noch. Drei Clips. Wir haben drei Clips noch. Oh, was wird denn hier angezeigt? Ey, oh. Du musst auch ganz kurz Liebe sagen. Was wird denn hier angezeigt? Von Inkev. Das Chujenko, vor allem das Chujenko-Video ging übel ab. Dann mache ich ein Hauptkanal-Video, das geht bei weitem null. Also das ist wirklich extrem am Abkacken, ne? Aber auf Inkev kommt das wieder krass an. Das kann mir wieder keiner erzählen. Lass uns noch die drei Clips aus dem neuesten Video angucken. Oh gut, wird gut angezeigt. Finde ich gut. Bevor wir das Ende von dem, von dem anderen Video dann sehen. Junge, der hat richtig recherchiert, ne? Für die Reaction. Nur um euch zu sagen, wie die Namen dieser Clips teilweise hier sind. Dieser Clip heißt einfach Freud satanisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich bin gespannt. Und wir haben Gott ersetzt für Wissenschaft. Wir haben Gott ersetzt für Psychologie, die Teilwahrheit hat. Ich hatte drei Jahre lang Psychologie in der Schule. Ich habe normal Abitur gemacht. Ich soll nicht. Hä? Wie kann man denn, seit wann ist im Abitur drei Jahre Psychologie mit drin? Also auch in der normalen Schulzeit. Psychologie? Da gab es ein Fach. Nee, das zu entpacken, was er gerade gesagt hat, wird zu lange dauern. Pantmann haben ja auch... Lol. Hey, das ist ja übel wild, wusste ich nicht. Ich weiß, was ein empirischer Test ist. Ich wurde darüber aufgeklärt. Und ich sage euch eine Sache. Das Psychologie hat Teilwahrheit, aber ist dämonisch. Ich glaube, er bezeichnet Psychologie als Teilwahrheit und dämonisch, weil Psychologie halt ein bisschen dem widerspricht, was sein Weltbild ist. Also du kannst ja nicht sagen, ey, wir haben hier rausgefunden, das, was Leute früher als... als... damit sich erklärt haben, dass Leute irgendwie unreine Geister haben, das können wir mittlerweile viel besser begründen und wissen wirklich, warum das so ist. Nämlich aus dem und dem und dem und dem Grund. Und wir können Leute darin ausbilden, dass sie das heilen können, dass sie dazu beitragen können, dass es diesen Leuten besser geht. Das ist natürlich Kacke für Torik, ne? Das ist natürlich irgendwie... Okay, wie mache ich das jetzt? Ich könnte in meinem Weltbild irgendwie gucken, wie passe ich mein Weltbild an, an dem, was hier in der Realität sichtbar ist. Nein! Oder ich passe die Realität meinem Weltbild an. That's the way von Torik, Digga. Freud! Freud ist eingetragen! Sigmund Freud ist eingetragen bei der satanistischen Webseite. Nein! Er ist einfach bei irgendeiner Webseite eingetragen. Ey, stell dir mal vor, ich würde irgendwo eingetragen sein auf irgendeiner Seite. Stell dir das mal vor. Ich kann das nicht! Ich kann das... Nee, ich kann das nicht! Nee! 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 First of all, ich glaube als... Nee, warte, ich zieh kurz. Nee, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Alles, was ich sagen möchte, ist... Ey, voll der gute Punkt. Ich glaube nur, als Sigmund Freud am Start war, war er auch schon viel am Internet am Surfen und hat das dann reingeschrieben und sich da eingetragen. Ich sag mal so, ich glaube, da gab's diese Webseite noch nicht. Hä? War nicht Sigmund Freud der Erfinder der Webseiten? Hab ich jetzt behauptet. Hab ich jetzt behauptet. Und ich weiß nicht, wie lang Freud gelebt hat, aber nicht so lang, ne? Woher hatte er wohl seine Offenbarungen? Ich... Okay, der... Warte, gar nicht... Nee. Oh mein Gott, das ist wirklich torig zu entblättern. Einfach so wirklich nicht das Oberflächliche zu sehen, das, was er direkt Leuten zeigt, wenn er mit denen redet, sondern solche Sachen sind ja mega faszinierend. Ja. Also, Sigmund Freud, der in der Psychologie von vielen Leuten hoch angesehen wird, keine Ahnung, bin jetzt nicht der Typ, das zu entscheiden. Der war satanisch. Sigmund Freud hat bestimmt noch Insta. Denkt ihr, der hat auch Twitch? Hat Sigmund Freud Twitch? Wäre auch wichtig, wäre auch wichtig zu erkunden. Und hat das von Satan irgendwelche Sachen und hat deswegen Leute fehlleiten wollen mit satanischen Gedanken. Das war das, was Sigmund Freud gesagt hat. Und der Beweis, den wir haben, ist, weil er auf einer Website draufsteht? Digga, ich kann das alles nicht mehr. Es tut langsam weh. Also, dieses Video ist jetzt, nur um den Kontext zu geben, um die Quelle hier anzugeben. Dieses Video heißt Tim-Jacken widerlegt, Torik reagiert, Gottes Liebe ist für alle da von Torik Daily Revival. Und das andere Video, habt ihr ja den Titel gesehen. Wisst ihr, dass er Leute hypnotisiert hat und dadurch geheilt hat scheinbar? Naja, Torik, ganz dünnes Eis an der Stelle, ne? Mh, aah. Ne, ist ganz dünnes Eis, wenn du das so sagst, ne? Torik. Aah. Ne. Ich, ey, wirklich, du kannst einen Satz abspielen und musst dich erstmal erholen von diesem Satz. Dann verarbeitet man das so, macht wieder Play, er sagt einen zweiten Satz und du musst dich wieder erholen von dem zweiten Satz. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Okay. Warte, nur um es abzuhaken, weil ich kann das langsam nicht mehr. Torik heilt nicht, er befreit, so ist es. Außerdem ist es auch nicht Torik, der heilt oder befreit, sondern dann ist es, äh, der heilige, der heilige Geist. Ey, es gibt wirklich Sigmund Freud. Ey, kann ich jetzt noch mehr Namen sagen und dann bekommt ihr einen Sub? Dankeschön, Alunimajira, ähm, äh, liebe Grüße gehen auch raus an Sigmund Freud. Der hat einen Twitch-Kanal übrigens. Das stimmt auch, das, aber das ist der Falsche. Woher willst du nur wissen, dass das der Falsche ist? Das ist offensichtlich der Richtige, weil, der heißt ja Sigmund Freud. Warte, warte, der hat seinen Kanal erstellt. Alter, 2008. Leute, das ist wirklich Sigmund Freud. Der hat, warte, 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 hier, nee, warte, wo stand denn das? Ich konnte es gerade sehen. Warte, wenn man hier drauf geht, der stand gerade da von 2008. Den gibt es seit 2008. Das wird der echte Sigmund Freud sein. Da bin ich mir sicher. Dankeschön vielmals für den verschenkten Sub an Sigmund Freud. Ich glaube, der freut sich. Zwei Clips haben wir aus dem Video. Zwei Clips. Dann gucken wir das andere Video zu Ende. Das heißt, komme nicht mit einem Sissy, Gummibärchen, Burger King, McDonalds-liberalen Christentum. Progressive Christen sind keine neu geborenen Christen. Ah. Sissy, Burger King. Starker Schmerzen. Weird, okay. Okay, also jetzt einer davon muss Sigmund Freud sein. TK haut einmal Sigmund Freud einen Sub raus. Ich habe sehr, sehr starker Schmerzen. Und einmal Sigmund Freud official. Also wenn da jetzt nicht der richtige Sigmund Freud mit dabei ist, an den TK und den Furious, die haben jeweils auch Sigmund Freud einen Sub geschenkt. Der eine von 2018, der andere von 2022. Dankeschön. Auch Schnecke für die Jungen-Bütze. Also ich sage, Sigmund Freud ist es einfach. Er ist jetzt Sub bei mir. 100 Prozent. McDonalds-Christen sind für ihn so Christen wie meine Eltern. Glaube ich. Sissy, Burger King, McDonalds-Christen? Ja. Ist eine weirde Art, das zu sagen, ne? Sissy, Burger King, McDonalds-Christen? Das sind die progressiven Christen, das sind ja keine richtigen Christen. Ah, wirklich. Wenn Torik, oh mein Gott, Alter. Ein Teil von mir möchte Torik so adoptieren. Ich habe jetzt das Video, gucke ich jetzt seit einer Stunde, zehn Minuten an. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, dass definitiv nicht mal ein kleiner Teil diesen Menschen adoptieren möchte in mir. Weil das Ding ist, wenn du, wenn du einen Hund. Ich vergleiche jetzt... Oh, 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 oh. Oh, schwierig. Riso, ich möchte nur an der Stelle sagen, es gab mal einen Skandal, da wurden auch Menschen mit Hunden verglichen. Nicht Torik, doch, ich vergleiche kurz Torik mit einem Hund, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass er ein Hund ist. Das jetzt nicht. Aber wenn du jetzt einen Hund aus schlechten Verhältnissen adoptierst und der Hund ist schon irgendwie sieben, acht Jahre alt oder so, dann kannst du ja denken, okay, das ist schwierig, dem jetzt noch Sachen beizubringen, weil der hat es bis dahin gelernt. Das ist schwierig, dem noch irgendwas beizubringen. Aber es ist möglich. Und ich glaube, wenn ich Torik adoptieren würde, ich glaube, wir würden Fortschritte machen. Ich glaube, ich glaube, es wäre ein langer Weg, es wäre ein sehr, sehr langer Weg, aber dass er merkt so, okay, dass man ihm erst mal so die Fallacies, grundsätzlich die Fallacies beibringt, dass er ihm grundsätzlich mal beibringt, wie funktioniert ein logisches Denken, wie funktioniert eine Argumentationskette an der Stelle jetzt, was er gerade gesagt hat, was ist zum Beispiel eine No-True-Scotsman-Fallacy, weil das war exakt das, was er gerade getan hat. Aber ey, es würde helfen. Punkt. Wenn ihr glaubt, dass dieser Lifestyle von Sünde vereinbar ist mit dem Christentum, dann seid ihr hinter das Licht geführt und nicht neu geboren. Und ich fordere euch, auf Buße zu tun. Ja, aber Digga, was ... Cool, okay. Torik Beifuß. Fordere mich auf Buße zu tun. Torik, sitzen. Nein, wir machen es nicht lustig. Okay, dann mache ich das andere Clip, warte. Okay, ich habe einen Clip, dann können wir das andere Video fertig gucken. Nee, Digga, er macht es nicht besser, ne? Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Das ist alles jetzt dasselbe Video. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit, stellt euch ihm zu, wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und ihr auch Bock auf euch habt und ihr seid ein Typ. Gauwollt. So eklig. So eklig, sagt er einfach. Okay. Also er ist wirklich offen, also offen homophob einfach. Also er ist halt wirklich so. Das ist nicht nur so, bei den ein, zwei Videos war das nicht so offen homophob, sondern jetzt ist er halt noch mal extra homophob. Straight up. Wenn ich das so sage, straight up. Straight up. Weiß nicht, ob ich das reinschneiden kann wegen YouTube, ne? Aber straight up. Guck mal, wenn du... Also er hat's ja jetzt reingeschrieben, reingeschnitten, trotz YouTube. TJ sagt, Leute haben Freiheit, wenn du Lust hast auf einen Dude und der Dude hat auch Lust auf dich, dann macht halt. Crazy, crazy Standpunkt von TJ an der Stelle. Abgefahren. Abgefahren. Total. Also Standpunkt. Und das Erste, was Torik dazu sagt, ist, ekelhaft. Ekelhaft oder eklig? Was war's genau? Straight up, wenn ich das so sage. Wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und auch Bock auf euch habt. er ist super straight? Ja, er ist auf jeden Fall super dumm, kann man so sagen. Also er ist halt sehr... uncool. Und ihr seid ein Typ. Gauf heut. So eklig. So eklig. Wenn ihr aus freien Stücken Lust habt, mit einem Dude zu schlafen, der hat auch Lust, mit euch zu schlafen, dann go for it. Eklig. Das ist eklig. Straight up. Wenn ich das so sage. Straight up. Straight up. Weiß nicht, ob ich das reinschneiden kann wegen YouTube, ne? Ja, ist jetzt zu spät. Aber straight up. Guck mal, wenn du mit einem Typen schläfst, dann... Erklär mir, warum das so ekelhaft ist. Jetzt bin ich gespannt. Hast du dein Platz, du den Hintern des Mannes. Ja. Du musst queerfeindliche Leute nur lang genug reden lassen und es ist immer, immer derselbe Kern. Das ist, es ist exakt das, ne? Es ist, wir kennen, wir kennen den Talk. Wir kennen den Talk. Also hier hätte gerade das Meme so gepasst, dieses Boah. Wir alle kennen genau Leute, die diesen Talk halten. Und manchmal halten sie den aus religiösen Gründen, so wie hier, manchmal aus ganz anderen Gründen. Es ist letztlich immer dasselbe. Es geht nicht darum, Leute zu lieben. Und das Spermium sucht noch immer nach einer Eizelle im Hintern des Mannes. Was da... Ich kann diese Sätze nicht verarbeiten. Wirklich ganz kurz, Chat. Ich bin kurz davor... Also hier kriegt man ja Fieber. Was ist das denn? Und das Spermium sucht noch immer nach der Eizelle. Ich kann diese... Ja, ist wirklich... Also das ist... Also das ist jetzt nur noch die reine Verblödung. Also das davor war halt gefährlich und jetzt wird es halt nur noch blöd. Sätze nicht verarbeiten. Wer denkt sich denn diese Sätze aus? Was ist das? Digga, es fing so lustig an. Wie ist das eigentlich mit Verhütung? Ist das erlaubt? Weil da sucht ja auch die... Das Spermium sucht ja dann auch eigentlich den Weg, aber es kommt ja nicht weiter. Also hat er... Er hat wahrscheinlich so in seinem Leben hat er wahrscheinlich einmal Sex und bekommt dann direkt ein Kind, weil ja nur das soll ja auch keinen Spaß machen, sondern ist ja nur zum Kinderproduzieren. Genau, weil es die Empfängnis verhindert. Genau, Verhütung ist auch verboten. Also derjenige ist... Also entweder, wenn er keine Kinder haben möchte, wird er für immer Jungfrau bleiben. Das ist safe. Oder halt, wenn er so alt ist oder... Ne? Dass das nicht mehr geht so, dann... Ne? Aber ansonsten, das wird eine Jungfrau bleiben wahrscheinlich. Weil mit den Aussagen, keine Ahnung, ob er da jemals überhaupt eine Frau bekommt, aber... Ja, man weiß es nicht. Da muss eine sein, die genauso drauf ist wahrscheinlich. Danke für den Raid. Talk of Leo. Liebe geht raus. Ansonsten, ja, ne, also ich sehe das hier schon ein bisschen schwierig. Der hat wahrscheinlich... Wenn der drei Kinder hat, wissen wir, der hatte dreimal in seinem Leben Geschlechtsverkehr wahrscheinlich. Außer er hat die unfruchtbare Zeit der Frau ausgenutzt. Aber ich finde, da das ja zum... Man weiß ja, wann jemand fruchtbar ist und da das ja nur zur Produktion von Kindern ist, sollte er ja die unfruchtbare Zeit auch selber überspringen, dass er direkt in die fruchtbare Phase geht. Also Eisprungphase. Und da hoffe ich doch, dass Torik sich doch dran hält und nicht hier absichtlich versucht, öfter Sex zu haben. Also weil das macht man dann auch nicht. Spermium sucht noch immer nach einer Eizelle im Hintern des Mannes, was dafür spricht, dass es gegen die Natur geht. Weil das Spermium noch immer nach einer Eizelle sucht. Nach einer. Er lässt auch nur eine einzige Spermie raus, damit die anderen nicht sterben müssen. Der ist halt... Mehr kommt da wahrscheinlich auch nicht raus. Ja, nee, ist richtig. Eizelle. Du platzierst keinen Diamant in einem Mülleimer, richtig? Genauso wenig solltest du ein Spermium in den Hintern eines Mannes. Ne? Versteht ihr den Vergleich? Der Hintern eines Mannes ist dafür, dass da Kacke rauskommt. Okay, ey. Junge, dass er sich nicht dumm vorkommt, wenn er das sagt. Ey, das ist halt mies. Das ist mies und das tut weh. Gut, ich glaube, wir gehen aus diesem Video jetzt raus und gucken das andere zu Ende. Es ist gerade... Wisst ihr, es ist so hart, ey, dieses Video ist so hart immer mehr ins Negative getrifftet und mittlerweile wird es nur noch lächerlich. Das ist Wahnsinn. Da ist er noch ein bisschen... Hat er noch ein bisschen mehr die Fassade von Ich lieb euch. Es geht mir um was Positives. Da ist noch nicht so durchgekommen, dass es alles aus einem tiefen Gefühl von Verachtung und Ekel und Hass rauskommt. Da hat er es noch nicht so gezeigt. Deswegen lasst uns doch einfach das ein bisschen mehr gucken. Weil da hat er diese Fassade noch ein bisschen mehr drauf. Also auch da ist er todesqueerfeindlich. Was gucken wir in der Meme-Compilation tatsächlich? Aber sagt es nicht so deutlich, wie wenn man ihn sonst mal reden lässt. Puh, Alter. Wisst ihr, an wen mich der Talking Point gerade erinnert hat? Von... Ist er ekelhaft, dass... Wenn die sich in den... Ne, diese Talking Point. Ist es nicht genau Prinz Markus? Ja, ja. Gibt es nicht einen Clip von Prinz Markus, wo er ziemlich exakt das sagt? Wo er auch sagt, ja, das müsst ihr doch akzeptieren, wenn ich das so finde. Also genau das, genau das Weltbild von... von Torik wiederholt. Und in dem einen Fall steht Gott irgendwie drüber und im anderen Fall halt nicht. Das funktioniert... Also, du kannst halt menschenverachtend sein mit der Begründung, Gott hat mir das gesagt, du kannst auch menschenverachtend sein, ohne die... Ja, der Unterschied ist halt zwischen Prinz Markus und Torik, dass der eine eine Schildkröte abgeschossen hat mit einem Fußball oder seinen Hund irgendwie weggeworfen hat und der andere, der ist lieber Exorzist. Die Begründung, Gott hat mir das gesagt. Das ist nichts, was aus Religion raus entspringt. Das geht halt nur so und so. Ich bedanke mich am Ende für die ganzen Donis. Ne, wirklich, wir sind in dieses Video reingekommen mit einer positiven Stimmung, dann wurde sie ein bisschen schlechter und jetzt wirklich... Ey, warum kommt denn jetzt hier kein Ton? Propo... Propo Streisand des Todes dauert 6,66 Euro raus mit der Nachricht und danach das Gespräch zwischen Stay und Torik anschauen. Haben wir schon gemacht, guckt gern den Inkev-Kanal ab oder checkt den gern ab. Da haben wir das schon angeguckt, das war schlimm. Den Schmerz kann ich mir aber nicht ein zweites Mal geben, weil da kracht es komplett. Aber ich danke dir viel, vielmals. Torik geht absolut gar nicht klar, Digga. Geht absolut gar nicht klar. Torik ist auch so ein Typ, es lohnt sich nicht mit dem zu reden. Es lohnt sich nicht mit dem einen Talk darüber zu halten, ob das irgendwie jetzt Sinn macht oder nicht, weil ich gehe davon aus, wenn du mit dem drei Stunden redest, geht es nur darum, dass er predigt, 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 predigt. Naja, der wird sich dann wahrscheinlich auch erstmals zwölf Minuten sägt in einem langen Gespräch. Er ist nicht in der Lage dazu zu sagen, okay, warte mal, ich habe hier ein Argument, lass uns mal, und du hast eins, lass uns miteinander mal rausfinden, wo gibt es irgendwelche Angriffspunkte vielleicht, können wir uns hier weiterentwickeln, können wir hinterfragen, was wir vielleicht glauben, weil er das ja gar nicht muss, denn er hat doch die Wahrheit gepachtet. vertraue dich auf, vertraue auf Jesus als deinen Herrn und Retter. Er wird kommen mit einem Feuer, mit einer Kraft, mit einer Liebe. So ein Feuerball, Junge, so ein Feuerball. Damit wird Jesus kommen und der wird dich füllen. Aber das geht nur bei Torik tatsächlich. Stay hat mit ihm geredet? Ah, yo, ich glaube, ich habe das gesehen. Also ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe das Thumbnail, glaube ich, gesehen. Also ich hatte mich gewundert, warum Stay zweimal ein Video dazu hochgeladen hatte, zu dem Thema, aber wahrscheinlich einmal Reaction, einmal Talk, ja. ...heiligen Geist, wie du das noch nie erfahren hast. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jedem Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Das habe ich gesagt, nachdem ich, oh, ich setze mal wieder meine Cam runter, das habe ich gesagt, nachdem ich eine Reihe von Stellen aus der Bibel zitiert habe, die wörtlich gesehen einfach nur weird, wack und f***ab sind. Wo ziemlich jeder der Meinung wäre, dass es weird, wack und f***ab ist. So, das war der Kontext. Christentum wäre kein Psychopathenfeind. Im Gegenteil, es wäre so heftig, wenn jeder das leben würde. Nee, es wäre nicht heftig, wenn jeder... Wie war das am Anfang? Mit Kinder, Köpfe raus und Steine drauf und dann Aua und dann Tod oder so? War da nicht irgendwas, was Rezo vorhin irgendwie mal erklärt hat? Ja, also... Ja, dann wäre... Es ist ja Christentum, also es wäre dann keinem Psychopathenverein, wenn man das wortwörtlich nehmen würde. Ah ja. Okay, Diggi. Weiß ich Bescheid. Jeder störrische Kinder steinigen würde. Das wäre nicht heftig, wie er sagt es selber. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu gutes Ding. Oh mein Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was machst denn du, Junge? Machst du ja offensichtlich nicht. Du findest es ja... Du bist offen homophob einfach. Also liebst du nicht denjenigen wie dich selbst. Sondern du... Du grenzt diese Person aus oder bezeichnest die als etwas nicht normales. Junge, hast du Lack gesoffen? Also bei dir geht es wirklich völlig rund in der Birne. Die, die dir Böses tun, segne die, die dich verfluchen. Ich kann das nicht. Aber Thorik, dieser Part aus der Bibel ist doch nicht das, womit ihr... Stößt er sich auch selber ab? Und das ist praktisch seine Liebe zu sich selbst. So ein abstoßendes Verhalten. Und dann muss er das auch natürlich bei anderen machen. Weil... Ja, dann ist er ehrlich. Das kann natürlich auch sein. ...wer ein Problem hat. Dieser Part aus der Bibel ist doch das, was zum Glück die meisten Christen als ihren Kernpunkt sehen und nicht noch dazu Queerfeindlichkeit reinpanschen. Dieser Part ist doch der gute Part. Da hat doch niemand ein Problem mit. Weißt du, das Problem ist, wenn Religion in der Kirche ist. Wirklich, ist es so, dass er es logisch nicht mal auf die Kette kriegt. Dass ich sage, hey, in der Bibel stehen viele coole Sachen, aber es stehen auch ein paar Sachen, die ziemlich... ziemlich kacke sind. Zum Beispiel das, 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 das. Viele Beispiele. Und danach sage ich, hey, weil nicht nur Gutes steht, sondern auch ein paar Stellen, die halt weird sind, ist es sehr weird, wenn du sagst, dass du an jeden einzelnen Satz glaubst und nicht nur an die guten Stellen. Das ist meine Aussage. Und er sagt, nein, das ist nicht weird, wenn man an jeden einzelnen Satz glaubt, denn es gibt doch die guten Stellen. Und er checkt nicht mal, dass das kein... dass das nichts macht mit dem, was ich gesagt habe. Das nimmt nicht das... Schade, dass das Wort so nicht gibt. Sonst hätte ich gesagt, äh, Notorik. Ja, weil der ja notorisch ist. Äh, ein notorischer Schnacker. Ähm, aber sonst hätten wir das als Algorithmus-Kommentar nehmen können. Ne? Wegen Notorik. Äh, aber schade, vielleicht können wir das ja irgendwie einführen, das Wort. Schreibt mal bitte Notorik in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt, als Algorithmus-Kommentar. Ich weiß, es ist eine Eigenkreation, aber das erinnert mich so an Notorik und an, äh, den absoluten Überschnacker. Und das, äh, ist tatsächlich unser Torik hier in dem Falle. Ne? Wir haben im ersten Part, das Wort Eigen-Torik genommen und jetzt Notorik ist, denke ich, auch, äh, trotzdem passend und, äh, zeigt vieles auf. Das, was ich gesagt habe und geht einen Schritt weiter, Digga, ja, es ist, ich würde es nicht mal als Strohmann bezeichnen. Ich würde es, also, es ist ein Scheitern von Mitkommen in der Diskussion eher. Also, ich, ich unterstelle ihm gar nicht, dass er bewusst einen Strom anbaut, ich glaube wirklich eher, dass er daran scheitert, zu verstehen, worum es geht. Wenn es tot ist, wenn die Kraft Gottes nicht da ist, wenn der Geist des Herrn nicht da ist, denn die Bibel sagt, dass die gesamten Gebote werden zusammengefasst in diesen zwei Sachen. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie du selbst. Ja, das sind alles die geilen Parts. Behalt die und mach den Rest nicht. Und das ist auch das Ziel des Christentums, Beziehung mit Gott und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Der macht es ja immer noch nicht. Junge hat der voll einen am Sender, der muss es doch mal begriffen haben, dass er das ja nicht macht. Er liebt nicht jeden so wie sich selbst. Das macht er ja offensichtlich nicht. Und das ist... Außer der hasst sich extrem, kann auch sein. Und deswegen empfindet er auch nicht so viel Liebe gegenüber homosexuellen Menschen oder transsexuellen... Ne, transmensch... Ja, ich sag transmensch. Weil manche sagen, er ist ja auch egal. Aber er empfindet da nicht die Liebe. Das ist doch nicht normal. Also das ist nicht normal so in meiner Wahrnehmung. So, wie kann man denn das als etwas nicht Normales bezeichnen? Da hakt es doch komplett aus. Alles total toll. Aber wenn es nennen... Wenn Gott so wäre, dass wenn ich sterbe, er sagen würde, ey, was ist hier los? Du hast mal gay... gemacht... Du hast mal vor... Ehe gehabt... Was auch immer. Äh, ist jetzt egal was. Du hast mal vor... Warte, was? Das würde... Ey, was ist hier los? Du hast mal gay... gemacht... Du hast mal vor... Ehe gehabt. Was auch immer. Was, du hast mal vor der Sex Ehe gehabt? Ja, dann wäre das doch aber... Wenn du vor der Sex Ehe hast, dann wäre das ja wieder religiiert. Also wäre es ja wieder richtig. Ach immer. Ist jetzt egal was. Du hast mal vor der... Ehe gehabt, das ist nicht fein. Beim zweiten Mal muss er es doch selber mitbekommen haben, ich bitte euch, er muss das doch beim zweiten Mal mitbekommen haben, dass er, er wiederholt sogar nochmal, dass er vor der Sex Ehe hatte. Nicht okay, ich würde dich jetzt in die Hölle dafür schicken. Ganz ehrlich, Torik, wenn das so wäre, nehmen wir es mal an, dann gehe ich freiwillig in die Hölle. Ich will nicht abhängen mit einem Dude, der so ist. Das ist nicht jemand, wo ich bevorzuge, bei dem zu sein. Also tatsächlich, vor der Sex Ehe haben, ist tatsächlich christlich, was er hier sagt. Also jetzt ergibt ein Punkt keinen Sinn mehr, Rezo. Dann gehe ich lieber in die Hölle, weil da ist Gay Pride, die sind gut drauf, so da ist Stimmung. Also wenn du struggelst mit Depressionen oder mit Anxiety oder mit Panik, mit Selbstverletzung, mit Hum... Bitte, bitte dann. Und das würde, das würden die meisten Theologen genauso jetzt auch sagen, das würden die meisten Pfarrer genauso jetzt auch sagen. Wenn all das ist, bitte hol dir professionelle Hilfe. Zusätzlich, zusätzlich zu einer Therapie auch mal mit einem Pfarrer sprechen. Ist kein Problem. Aber zu glauben, dass das das Einzige ist und dass du nicht eine Therapie machen brauchst, ist nicht vorteilhaft. Egal was es ist, Jesus kann dich freisetzen. Gott kann dich füllen mit seinem Geist. Gott kann dir, kann kommen mit seiner Liebe, die du noch nie gefüllt hast. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, dir dieses Video schaut. Also für mich wirkt Torik schon, obwohl der gerade mal 21 Jahre alt ist, wie ein hoffnungsloser Fall. Also so, wo du nichts mehr dran machen kannst. Riesel hat zwar den Vergleich mit dem Hund gebracht, aber ich glaube, da lässt... Also er ist ja so überzeugt von seinem Geschwafel, dass ich glaube, da lässt sich nicht viel machen. Gut, weil ich will auch dir die Option geben, das zu erfahren. Dann bete das hier mit. Es ist auch so langweilig, ihm zuzuhören, weil es ist alles, du merkst, so richtig ist, es ist eine Predigt, die hat er schon tausendmal 100 Grad dazu. Okay, schließ deine Augen. Schließ einfach kurz deine Augen. Nee, mach ich jetzt nicht. Ich bete das auch nicht mit, weil ich finde, wenn man mitbetet, dann sollte man es auch irgendwie ein bisschen fühlen. Man muss ja nicht christlich sein, um mitzubeten. Das kann auch andere Werte haben, das kann auch andere Gründe haben, etwas mitzubeten. Aber wenn man etwas mitbetet, dann sollte man es wenigstens halbwegs fühlen. Dafür muss man nicht Christ sein, aber dafür sollte man es ernst nehmen. Also Punkt. Das ist meine Meinung. Jesus, ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du Herr und Retter bist, dass du der Sohn Gottes bist. Der rastet doch gleich aus, oder? War das nicht das Gebet, wo er jetzt gleich ausrastet? Ich danke dir, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich skipp mal, ja. Also ich glaube, es ist fein, oder? Dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung bin. Mir, die Liebe des Vaters, wie sehr mich Gott liebt. Und ich will auch noch für euch beten. Herz, jetzt, in Jesus. Was mir tun, ohne Ironie, seinen Eltern leid, die dabei hilflos zu sehen müssen, wahrscheinlich. Ich denke eher, ganz im Gegenteil, ich denke eher, die Eltern waren schon so. Und dadurch ist er so aufgewachsen. Also ich, äh, also es kann durchaus sein, dass, dass er von Kind auf so erzogen wurde. Und die Eltern eher das Problem sind. Weshalb er so ist. ...so es möchte, genau. Und einige von euch, ihr fangt gerade an zu weinen, wenn ihr... ...geht. ...dieses Gebet betet. Ich habe auch... Also ich fange auch gleich an zu weinen vor Schmerzen tatsächlich. Aber das geht, glaube ich, auch vielen Leuten da draußen so oft. Geskippt. Hätte ich nicht geskippt, würde ich wahrscheinlich jetzt gerade weinen. Und ich will... ...weil ich irgendwann mal auch S*** oder Ehe hatte. Und das betrifft mich einfach stark. ...och auch noch für euch beten. Vater, ich danke dir für... Resource, Jungfrau? Ganz kurz, wenn jetzt nur noch Gebet kommt, dann würde ich das jetzt nicht so, äh... Also würde ich das einfach skippen, weil ich glaube, das... ...ist ja jetzt auch nicht der Point. Ich will jetzt auch nicht irgendwie auf Gebete sch***en oder so. Gebeten, also Gebete helfen Leute voll viel. Und ich will... Ich finde, dass es... Dass Torik Gebete voll in den Dreck zieht, weil er sowas damit macht. Ich finde, dass Torik super dis... Super disrespektvoll dem christlichen Gott gegenüber ist. Weil er so ein Bild von ihm zeichnet, so... Wir sind gerade viel respektvoller dem Christentum gegenüber. Wir sind viel respektvoller Gott gegenüber. Wir sind viel respektvoller dem allen gegenüber. Und für jeden, der gerade durch deine Kraft berührt wird. Und ich bete, heiliger Geist, füll sie. Berühre ihr Herzvater. Heile ihr Herzvater. Ich bete speziell für dich, dass dein Herz geheilt wird. Jetzt. In Jesus mächtigem Namen. Und ich will jetzt auch noch für dich beten, wenn du mit Homo... ...strugglest. Hmm. Jetzt sind wir full circle gekommen. Weil ich glaube, genau diese Aussage war das, was ich eingespielt hatte von ihm. Genau diese Aussage. Wenn du mit Homo... ...strugglest, dann bla bla bla. Dann habe ich hier die Lösung, weil... Gott. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich ihn in das Video reingenommen habe. Und jetzt hat er der Welt gezeigt, dass er viel schlimmer ist als das. Und wir beenden wieder bei dem Satz, der der Grund war, warum er in mein Video reingekommen ist. Oder mit... It's coming full circle. ...irgend einem anderen unreinen Geist strugglest. Dann will ich jetzt für dich beten. Und ich bete in Jesus mächtigen Namen. Dass jeder unreine Geist, der meine Stimme hört, ich befehle dir in Jesus' Namen, fahre jetzt aus in Jesus' Namen. Ich komme gegen Panik in Jesus' Namen. Ich komme gegen Depressionen in Jesus' Namen. Ich komme gegen jeden unreinen Geist. Der Homo... Du sollst erst mal gar nicht kommen. Das ist das allererste, was... Ich möchte nicht, dass er kommt. Erstens. Und zweitens, schrei mich nicht an. Ja. Was habe ich dir gesagt oder angetan, dass du mich anschreist? Und ich befehle in Jesus' Namen. Weißt du, erst will der gefüllt werden ohne Ende und dann will er kommen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob er verheiratet ist. Manchmal zwischenzeitlich kommen so Sätze, wo du denkst, oh, das wäre doch cool, wenn Leute daran glauben würden. Und dann kommt wieder was, was richtig sch*** ist. Ja. Also, für die Leute, die jetzt von euch gerade von ihrer Gayness frei geworden sind, und, äh, ja, müsst ihr mit klarkommen. Es gibt vielleicht, guck mal, es gucken jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade zuschauen beim Chat so, äh, im Stream so, aber es gibt doch Leute, die haben, die sind homosexuell und haben eine Partnerperson, ne? Und das heißt, es könnte ja sein, dass ihr jetzt natürlich davon, ihr seid ja frei geworden davon, so, ne? Ähm, dass ihr jetzt, also ich will mir das vorstellen, so zwei Frauen, die haben eine Beziehung, die gucken gerade irgendwie den Stream und jetzt haben, habt ihr das, das Gebet gehört und jetzt sind die natürlich nicht mehr gay, sind ja frei geworden davon, ihre unreinen Geister, die Gay-Geister sind raus und jetzt gerade gucken die sich an und sagen, oh, Digga, was machen wir denn jetzt? Ja, was war's dann, ja? Weil das ist ja jetzt stressig, ne? Du musst den Haushalt aufteilen, das hat... Ja, das wird dann praktisch eine WG. Also, das ist dann leider so. Hey, der dunkle Parabelritter raidet rein, ich danke dir viel, vielmals für den dicken Raid. Wir gucken uns hier gerade die reine Erfüllung an. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Rezo hat auf den homophoben Christen reagiert und, äh, das ist, äh, wir sind fast durch, wir haben jetzt was in anderthalb Stunden angeguckt. Das ist äußerst schmerzhaft, ja? Es ist äußerst schmerzhaft, weil so viel Homophobie auf dem Haufen ist schwer zu ertragen. Und damit meine ich nicht von Rezos Seite aus. Viel auch so, so Orga-Aufwand, ne? Du musst dich jetzt trennen. Schon stressig. Aber unterm Strich gut, weil die unreinen Geister sind raus, die Gay-Geister, und dann kommt man eher in den Himmel. Wahnsinn. Ja, ey. Guckst du nur Schmerzhaftes? Ja, tatsächlich. Ey, das macht ihr doch aber auch. Ihr macht doch meistens auch nur Schmerzhaftes. Also, wenn ich reingucke, ist da auch oft sehr viel, das ist sehr viel mit Schmerz verbunden. Aber das hier ist schon, das kickt schon anders rein, muss ich sagen, weil das ist, äh, das ist wirklich, also jetzt ernsthaft ist es wirklich schlimm. Und da zweifelt man auch an den Glauben an die Menschheit und ans Christentum. Naja, gut, Christentum, äh, weiß ich nicht. Ich glaub, an dieser Stelle, hör mal einfach mal auf, ich glaub, viel mehr passiert auch in dem Video nicht. Geht noch ein bisschen mit dem Gebet weiter, dass ihr nicht mehr gay sein sollt. Und, äh, die Kommentare, TJ hat in die Kommentare geschrieben, Homosexualität ist was komplett Normales, Amen. Thorik hat... Klar, in den Kommentaren schreibt er auch nochmal, dass Homosexualität was Unnormales ist. Ja, ne, weil Thorik halt, ne. Mir fällt da auch wenig ein, was ich noch zu ihm sagen soll. Er hat geantwortet, unnormales Sternchen. Ja, cool. Ja, cool. Also, alle in den Kommentaren sind, so wie ich es sehe, äh, nicht so, sagen wir mal, nicht so auf Thorik Seite. Nicht so wirklich auf Thorik Seite. Mh. Ja. Und es macht mich sehr glücklich. Das macht... Auch, auch hier, ne, auch immer mal die, äh, Videos, wer ist denn das eigentlich? Ne, aber, ähm, ich glaube, Thorik müsste einfach mal eine reale Person in seinem Leben kennenlernen. Und einfach auch mal, ich weiß nicht, ob er zu krass Jungfrau ist oder vielleicht auch einfach mal, äh, Spaß am Leben haben sollte. Weil dem geht es nicht gut. Der, der braucht dringend ein reales Leben. Ne, wirklich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Oder sein reales Leben dreht sich nur in, in seinen drei Quadratmetern da, wo auch immer er da ist. Ja, und, äh, befreit irgendwelche Geister von Menschen. Ich weiß, also, dem geht es einfach nicht gut. Der, der, äh, braucht Hilfe. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, ihn jetzt hier einfach so stehen zu lassen. Das ist übel sektenartig, was wir hier angeguckt haben. Macht mich sehr glücklich. Ich möchte abschließend noch mal betonen, dass die meisten Christen nicht so sind wie Thorik. Thorik ist ein, ja, ein Extremist. Thorik ist ein... Achso, ja, für die Leute, die das nicht wissen, Thorik ist... Er bezeichnet sich so als, als krassen Christen, aber eigentlich ist der so wie in einer Sekte. Und er ist auch Exorzist. Also, der befreit die Menschen von Geistern und von Dämonen. Und... Das könnte einen schon ein bisschen Angst einjagen, aber währenddessen er das noch ist, ähm, findet er, es ist ein, ein Dämon in einem Menschen, wenn man homosexuell ist oder transsexuell ist. Und, äh, das ist, ja, das ist, das will Gott nicht, aber Gott liebt dich auch, so wie du bist. Und keine Ahnung, weil der widerspricht sich auch die ganze Zeit. Und denkt auch noch, dass das, was er erzählt, Sinn ergibt. In irgendeiner Form. Das ist halt Wahnsinn. Ob das egal ist, weiß ich nicht. Mit Exorzismus und so weiter, aber er sagt ja, dass Jesus die Person heilt, ne, oder befreit. Und nicht er. Er legt nur seine Hand auf und sagt, dass es geht. Man muss aber nur fest genug daran glauben, ne, ist auch ganz wichtig. Und vor allem die Bibel eins zu eins, äh, wortwörtlich nehmen oder so, keine Ahnung. Und Trippi, Mann, danke für die Fünfer schenken Zaps, du bist auch ein Stück weit näher am, ähm, im Himmelsreich, sag ich mal. Oder am Himmel dran mit dem Fünfer schenken Zaps, ne, weil dann hast du was Gutes getan. Äh, menschenverachtender Gut, der, äh, sich ein sehr simples Weltbild geschaffen hat. Ähm, und, ja, damit irgendwie über die Runden kommt und wahrscheinlich das auch niemals ablegen wird. Und das ist sehr, sehr schade. Die meisten Christen sind nicht so und der christliche Gott ist auch nicht so. Ich hab mehr Respekt vor dem christlichen Gott als Torik, weil Torik beschreibt ihn ziemlich bescheiden. Und ich glaube, dass er cooler ist. So, ich hab das Video geliked. Ah, Chat, Digga. Ja, danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich geb natürlich einen Daumen runter. Und jetzt können wir... Ich hab's aus nem Reflex das Video geliked. Wir gucken selten Videos, die richtig... sind. Puh, puh. Okay, erstmal durchatmen, durchatmen kurz. Ja, sad. Es ist sad, dass es Leute gibt wie Torik. Ich glaube auch nicht, dass er sich jemals verändern wird. Egal, was du zu ihm sagst. Der ist 21 und schon so hängen geblieben, leider. Das ist schade. Das Ding ist, guck mal, bei manchen könnte man... Also, dann können Leute zum Anwalt gehen und sagen, ja, guck mal, der hat gesagt, ich bin hängen geblieben und das ist irgendwie beleidigend oder was weiß ich. Aber wenn sich dann jemand neutral ist, ein Richter sich das anguckt, in dem Kontext, dann würde der eins zu eins auf jeden Fall sagen, ja, doch, du bist hängen geblieben, definitiv. Und dann würde er verlieren mit seiner Abmahnung oder mit seiner Unterlassungserklärung oder was weiß ich. Würde er einfach verlieren. Einfach, weil er offen hängen geblieben ist, leider. Gebe ich hier ein Like, ne? Ähm, nicht verändern, weil sein Weltbild ist, er weiß die Wahrheit, er hat die gepachte, die Wahrheit. Du kannst ja dann nichts zu ihm sagen, was ein Weltbild ändert, so. Deswegen, ja, deswegen ist das so. Gott würde dem sogar zustimmen, denke ich auch. Ja, also, es war, äh, ich weiß nicht, ob es die einer der schmerzhaftesten anderthalb Stunden waren, aber es war, ja, doch, es war schon sehr schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob es das Schlimmste war, aber es war schon mit das Schlimmste, was wir bisher angeschaut haben, weil wir reden hier von einem realen Exorzist, der einfach nur sagt, ja, ich befreie Menschen. Aber, nee, nee, also, das hat nichts mit Befreiung zu tun, das ist Geister austreiben und das ist offensichtlich exorzistisches Verhalten. Das ist eins zu eins, wie es in der Definition von einem Exorzisten steht. Also, dementsprechend, ja. Ich kann nur sagen, Respekt an jeden, der es geschafft hat, mit mir das Ding hier durchzuziehen, ja. Ja, der Link zum, äh, zur Reaction von Schlumpf, ja, zu dem Blaukopf hier, der ist natürlich in der Beschreibung, checkt das gerne ab. Äh, lasst auch einen Eigentorik-Kommentar da, was weiß ich, da seid ihr natürlich die Allerkulsten. Oh ja, hier, äh, wir sind auf einem großen Aufmarsch. Äh, schreibt gerne den Algorithmus-Kommentar in die Kommentare, ne, einfach nur Torik, dann seid ihr die Kulsten. Und, äh, nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, macht's gut, ich denke an's wenigsten, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.